Musik катten environments Musik Musik Meine Damen� turtle Christina, Rola, wer bist du? Ja, ich bin Association Ja, ich bist in der Droh�에 und du? Ich bin des Ich bin des Und des Was würdest du als Kind lernen? Ich? Ich wäre gerne Pilot geworden. Das ist ein Beruf, der mir freude gemacht hat. Hohe Verantwortung, technische Anspruchs vor allem. Ich bin leider nur Privatgeber. Haltest du einen Lieblingssänger oder eine Lieblingsband? Ich habe als junger Mensch gerne... Ich war immer in Rolling Stones weg. Von meinem 13. Lebensjahr bis heute. Ich habe sie gerade gesehen, vor ein paar Wochen überliegen. Die alten Herren. War toll. Hattest du früher einen Superhelden oder eine Lieblingsfigur? Ich habe als Kind gerne keinen mehr gelesen. Und ich wollte eigentlich immer so sein, wie wir nicht. Das mag ja für dich werden. Kennst du den überhaupt? Nächste Beklangwein? Dann lassen wir ein Fernsehen hier lesen. Ein Fernsehen. Ein Fernsehen, okay. Das war's. Ich bin da. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.